Ich kann das auf die Haas aufnehmen. Die ist jetzt wieder hier am Baum, vorhin bin ich draus, ist sie weggeflogen, ne Amsel ist das wieder, die lacht immer so, ja, jetzt macht die piep piep piep, weil ne kleine Amsel ist das, da ist so ne kleine, ach, ich glaub, dass die partner sucht. Aber ich seh die Krähen nicht mehr hier rumfliegen, ja, du auch. Siehst du mich etwa, Amsel? Ja. 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 Hast du Langeweile? Ich muss nicht mehr wegflicken, wenn ich dich aufnehme am Baum, hier vorne. Ja. Ja. Hörst du den Vogel? Hörst du den Vogel? Ja. Ja. Die Hörstürung ist. Nee, gar nichts. Guten Morgen. Ach, oben sitzt ja einer, der zwitschert. Zwitschert. Ganz oben. Mit dir sind die bisschen überhalte sich denn oben. Ja, sind schon zwei Vögel auf dem Baum. Amsel und so ein Sintvogel. Oh, nicht doch. Du hast gerade gezwitschert. Amsel ist weggeflogen, der Vogel. Ja, Stern. Hast du Hunger? Hier sind Kerne. Hier liegen Kerne vor euch. Ja, Bipipip. Mach mal. Mach mal. Mach mal. Ja, Amsel, mach mal. Braber Vogel. Ja. Bin doch da. Steh doch hier. Was wartest du? Futter? Hier liegt doch Futter. Bist du aber noch ein Jungtier, sehe ich gerade. Bist du aber ziemlich klein. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du gibst. Friday-否fordern. Ja, Amsel ist besser still. Hattest du jetzt was im Marken verschlagen. butterfly-ơn aktiven Untertitelung des ZDF, 2020